d d d d noch mal wird dann müssen wir müssen wir ja da diesmal möchte ich dir die Tür zu ja wegen einer verkackten Miene ja vor allem beim Ostendurchlauf haben wir die ja explodieren lassen und jetzt haben wir sie ja erschossen die Minen bevor sie explodieren und deswegen haben wir die die Herausforderung da ja Bullshit das Problem ist ich hab die gar nicht gesehen ich weiß auch nicht aber jetzt weiß ich es es muss auch anders gehen also ich so das einzig tragische eigentlich nur die Roboter Technologie wie diese könnte was ändern ja falls einer bei uns bei den Minen tot ist entweder vorbei schwimmen oder wiederbeleben das musst du dann wissen ja oder halt auch mal alles so hinter schießen ne vielleicht sind ja nicht so viele und so scheiße sind die nicht ja ich weiß nicht wie gesagt ich kam da rein in das Ding und da warst du schon tot ja achso lol ok ja 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 Tag unbekannt wir sind Feinde voll aus sowas haben wir noch nie gesehen so hab mir jetzt noch mal meine Manowar genommen ist zwar schon komplett fertig aber ich dachte mir vielleicht klappt es jetzt ein bisschen besser was will es was ist der Grund hierfür ja hallo ich glaube es spürt Panik Verwirrung Angst es will sein eigenes überleben sichern sind wir wieder mal hier ja zur Abwechslung es weiß dass wir es jagen es verfolgt unsere Schritte alter da ok jo das ist natürlich scheiße jetzt hast du dein extra live schon wieder weg ja macht aber nichts freund immer wirklich das ist das ein Töch herr. mit der geht das ballern schon ein bisschen präziser sagt jetzt auch wir haben das ein bisschen bis auch nur ein bisschen nur ein bisschen du hast das echt drauf vor mir zu reden wenn ich die schnippe in der hand hat ja ne du sollst mal hinkriegen das kann man so einfach ja ich weiß vor allem so so automatisch das ist ein Aufflug so Roboter auch ich geh so lange auf Karte machst du nee das werden wir kämen nur das ist wichtig wir hatten sich nur an zu ziehen kurz bevor er die Sicherheitsberiegelung aktiviert das ist eine Festung unheimnehmbar, immer kommt ein oder raus das werden wir sehen könnte mein bild mal wieder farbig werden ja ich sehe alles in schwarz weiß das ist jetzt natürlich richtig premium also ich kann dir so viel zu sagen wenn eine drohne von mir sehe ich die jetzt nicht mehr ja das ist auch schlecht also was hat mich jetzt getroffen bitteschön ja ich liege am boden was richtig geil ist ich sehe jetzt auch nicht mit die granaten dinger toll genau die was ich gerade meinte ich sehe die nicht mehr ich habe notfalls ja wir sagen wir wollen sie ja noch mal uns zu anschalten so dass sie gerade am spiel nummer so also dein name zum beispiel ist blau ok aber im fernseher liegt das nicht die anzeigen sind auch in farbe hier also munition aufstockendrücke 4 ist alles in farbe hey so eine scheiße naja ich hoffe aber ich bin jetzt schon wieder ein bisschen pisse weil natürlich jetzt meine notfall ist ja weg ist und ich sorge persönlich dafür dass dir nichts geschieht du kennst mich du kannst mir vertrauen naja das wird im wasser dann lustig wenn nicht wenn es bis dahin nicht gefixt ist stimmt jetzt sehe ich die roten kreise ich glaube ich hier keine kanade zu werfen wegen den spinnern jetzt bin ich auch enttäuscht ich habe das nicht so scheiße nein ohne das lieb okay das ist echt fast unmöglich die zu sehen grau in grau aber es sieht lustig aus so ist es ja nicht das ist voll geil aber nicht in denen nicht für das was wir gerade hier machen jetzt bin jetzt sehe ich dann dann geht gott jetzt gibt es seite wenn die mazze drohner 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 ist wenig ich höre es nur so ist die andere ich glaube ich habe ein bisschen überhaupt bisher so sehr sehr drin so ist auf jeden Fall wieder eine schloss auf hö hat jetzt die drohne ernsthaft durch die wand geschossen ich weiß es nicht ich sehe nichts also ich sehe halt alles aber die drohnen die sind da wirklich das ist wie wenn ich hier so ein tarnvieh vor mir grau in grau schnell bewegend an der wand lang da scheiße jetzt habt ihr als scheiß Raketenwerfer eine Drohne anvisiert ne ich glaube ich habe den Treffer gelandet ja der ist da das ist das herz der koalescence operationen Zum Glück geht das scheiß Tor zu. Oh ja. Oh nein, immer noch schwarz. Ist immer noch schwarz-weiß. Jetzt wird es schwarz-weiß. Jetzt ist es bunt. Da war es die Zwischensequenz. Die es dann hier bei dir auf der Raft hat. Das war auch diesmal nicht, Kollegen. Nein! Falsche Spezialfähigkeit. Mit Tarnung kriege ich denen nicht Platz. Alter, die ziehen wie Hölle. Oh ja. Ha! Geht doch. Oh nein, jetzt hänge ich hier fest. Er hat jeden in seinem Weg getötet. Ich glaube nicht, dass von Hendrix noch viel übrig ist. Muni. Hier ist nochmal Muni. Höpp. Ach, da runter müssen wir. Oh Gott. Ach, jetzt kommen wir wieder die fetten. Ja. Aber Gott sei Dank war es nicht die ganze Zeit schwarz-weiß. Weil das tut nach einer Zeit tierisch im Augenblick. Ja. Ja. Cool. Passt. Läuft. Hä? Einer fehlt. Glaub ich. Oder auch nicht. Na gut. Dann nicht. Das ist genau wie in Singapur. Hier ist so viel mehr los als die. Lass mich ihr ab, diesmal die Farbe. Das war so fürchterlich, die Drohnen nicht zu sehen. Du hast nur gehört. Ja. Müssen wir doch immer so machen an der Stelle. Sind wir ja einfach durchgekommen jetzt. Aber wieso immer. Ich habe nicht vor, das unbedingt nochmal zu machen. Nicht? Na dann. Los, lass mich da ran. Also jetzt sind wir aber zügig unterwegs, ne? Viertelstunde. Ja. Ja. Es geht. Geil ein Kommentar gekriegt zu Battlefield Video. Mit hier Zeitangabe. Mit 8 Minuten und 55. Gut gedacht, aber NOPE. Hä? Was? Ein Kommentar auf einem von meinen Videos. Gut gedacht, aber NOPE. Das war wohl nix. Was? Ja, das habe ich auch gemerkt. Ach ja. Halt jetzt auf mit den Scheiß. Wenn ich nochmal schwarz-weißes Bild hab. Was glaubst du, wie assig das jetzt gewesen wäre unten bei den ganzen Typen? Oder? Hahaha. Ja. Weißt du, bin ich schon besser? Ja, ja doch. Nee ist nicht besser. Bist du noch da? Alter! Hat der mich ungenietet? Äh. Ja, gut. Denk dran, ne? Darum kommt Sniper und so. Hahaha. Was? Ich muss mal gucken. Alter! Triff doch mal! Mei, oh mei, oh mei. Na also. Hach. Depp, 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 Depp. So. Jut. Oh. Wir waren schonmal. Huiiii. Da wollte mich jetzt echt dieser fucking Sniper umhauen. Hahaha. Jetzt hat er fast geschafft, aber er hat daneben geschafft. Hahaha. So. Servus. Ja, perp, ja, perp. Bin ich. Büss. Nein, halt's Maul. Gut. Was denn wolltest du nicht über den vereisten Wald hören? Nein. Hahaha. Kann ich nicht verstehen, warum. Kann ich nicht verstehen, warum. So. Teil 1 von 3. Hahaha. Hahaha. Sagst du oder tust du manchmal unerklärliche Dinge? Nö. Maretti? Bist du das? Vielleicht ist doch nicht du es gesagt. Wurde getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in dein Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ja, mach hin jetzt. Bist du noch bei mir? Na also. So, das Licht gleich wieder angemacht. Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Koalessens Hauptquartier in Zürich. Alter. Wow. Was war das? Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Danke. Jo. Ich hab's gleich mal weggemacht, das Scheiße. Jo. Gut. Du die. Hä? Ah, jetzt. Bitte sprich mit mir. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Boah. Der war wild. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hm. Ich kann diese Vögel auch nicht mehr hören. Nee. Boah, das ist Schlüpper. Jetzt nimmer. Also muss ich da eine. Der andere auch nicht mehr. Da ist es sehr. Alright. Guck dir. Mhm. okay ich weiß dass korpus in meinem kopf ist ich weiß es will mich irgendwo hinbringen wo ich nicht sein will ich will es raushaben ach so dass wir mit den fahrzeugen ich muss es zu ende bringen du hast mein team zerstört und djs mutter und das war jetzt die strafe weil ich das gesagt habe ich bin da ich mich voll durch den gebüsch mit genetzt da kommt die kanade warum wir zu mir ich bin da noch nicht Ich weiß nicht wieder, warum ich mit der Menowar so gern gespielt habe. Die ist geil. Ja, ich habe die ja schon auf Maximum, deswegen hatte ich ja eigentlich die wie im Tief. Nur ich dachte mir, mit der geht es jetzt ein bisschen fixer. Schon wieder eine Kanade. Ja. Aua! Die hat mich erwischt. Nein! Ist doch nichts mehr normal. Danke. Conning. Na. Oh, ich weiß nicht, ich hab grad hier schon gesagt. Ja, so ging es mir ja vorher immer. Ey, die machen aber auch einen Schaden, die scheiß drohen. Wie auch solche kriegen wir einen Treffer? Ja. Ah. Gut. Teile einfach mal. Ja. Schade, dass wir es hier nicht aussuchen können, was wir zuhause machen will. Warum, was hättest du denn gern? Nö. 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 Ich glaube, es ist ja nicht irgendjemand hier. Dachte ich mir auch gerade, deswegen bin ich zu langsam hinterher gelaufen. Ach. 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 Leib da hin, geil. Finde Frieden. Na komm, guck noch mal vor die Tür. Komm, guck noch mal. Ach, warumuchen die der jetzt nicht? Haha, gelatzt. Hä? Oww. ich habe hier schon mal meine Lieblingsposition gefunden ich glaube ich habe welche geriggert ich weiß nicht ne der eine ist das noch der kriegt gerade eine Granate von mir ah die ist ein bisschen zu weit geflogen jetzt sie strömen über dich wie die Wellen eines blauen Ozeans Taylor hör auf wir fahren Flinte rum zu rennen da kenne ich noch so einen der das ganz gerne mal macht hohen Ort denke an einen sicheren Ort stell dir einen vereisten Ort für er ca werden wir wohl ein bisschen weiter vor müssen haben wir gerade noch ein paar recht ganz vorsichtig ganz ruhig der ist schon längst explodiert und kann auch mit granaten werfen kann ich aber auch bitteschön ich gucke es noch mal nicht damit uns irgendeiner überrascht wie der jetzt zum beispiel da hinten höh dann halt so was um die Edy Wörmungsdorgen ich weiß es gar nicht mehr auf jeden Fall ist die Mauer schon offen da ist auch nettes Spawn jetzt kommen die das waren die zwei Waffen was wir vorhin gesucht haben ja du stehst auf einer Lichtung die Bäume um dich herum ragen bis zum Himmel empor rundherum fallen weiße Schneeflocken du spürst wie sie auf deine Haut schmelzen jetzt kommen hier wieder thuis wezen ich glaube ich werde die kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens zu eine Panikreaktion an Taylor ausgelassen das käme nicht so gut die Kälte ist und die Kälte ist ja ich finde es geil höre wie es langsamer wird hast die kontrolle in frieden jetzt müsste der rückstoß nur noch zielsuchend sein ist doch halbwegs ich will ja wenn schon denn schon hier gleich volltreffer so hier kann jetzt die rolldinger ja wie der täter mir auch gerade nur noch vor der fresse rum ja hä hm so und der renn oh Teil 2 geschafft wieder einmal wir sind jetzt hier sechs jahren 28 minuten unterwegs ne ich mach 32 so muni ja ich würde sie noch nicht zurück an ja klickst mal einen schluck trinken wir so das das ist nicht der vereiste wald du wehrst dich noch immer trotz all seiner verwirrung wollte korvus uns doch immer nur helfen ups da du musst nur noch ein bisschen länger durchhalten wenn du auf dem zentralen server kommt kannst du dein dna mit deinem master befehl löschen wir können dieses ding ein für alle malen erleben achte nur auf den klang meiner stimme ach heil die fresse mit deiner stimme die kann ich langsam auch nicht mehr hören ich meine dich nicht auf jeden Fall beim ersten Mal geht's ja noch lass die schlechten Erinnerungen los na kommt finde Frieden wiii so ... ... ... ... ... ... ... ... oder wenn man nicht gleich hier einen auf Hamburg versuchen zu machen gibt dich deinen träumen sie strömen über dich wie die welt eines blauen ozeans lass dich ein stadt weiter wird hier verkunde der ich konnte ihn leider hier nicht vielleicht gleich gleich ich war gerade nachladen zu fix Ich sage mal, dir dürfen so viele Fehler passieren, wie du willst, aber bitte nicht bei dem Mii, weil da werde ich so oder so frecken, weil ich bin da drin echt scheiße. Jo, ich probier's. Gott. Halt einfach durch. Hey. Ah, jetzt. Könnte gerade nicht langschwimmen, BTF. Ich brauche irgendwo Deckung. Nur scheißegal wo. Du stehst auf einer Lichtung. Alter! Oh. Die Bäume um dich herum tragen bis zum Himmel empor. Wo ist denn? Ja, puh, noch nix. War easy. Du spürst, wie sie auf deiner Haut schmelzen. Ich habe schon schwarz gesehen. Links, rechts, überall geht das. Die Kälte ist machtlos gegen die Wärme deines Herzens. Woher weiß der, wie war mein Herz das? Korin. Wo ist der Arzt? Meinst du? Dein Arzt. Achso. Ah. 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 Tschüss. Uh. Ich gehe mal jetzt Pixmuni snacken. Und diesmal überrascht mich der Typ wie nett. Du musst nur hinhören. So. So. Höre, wie es langsamer wird. Du machst es langsamer. Mhm. Du hast die Kontrolle. Alter. Ruhig. Im Frieden. Ja, dergumpt. Ja, dergumpt. Was es? alle verweiler wird so das ist das problem ist sie nicht ja ich bin schon dabei das hätte man für die herausforderung schon mal verkackt weil eine ist nämlich so explodiert wir haben die doch ja ich meine jetzt nur zur erklärung ich schieße auch gerade ein bisschen blind durch die kante nur so ja das war's wir sind immer das ganze mal durchschwimmen kam hier noch mal was nope mit ja egal ich bin da also wie sie soll ich überspringen mal ne zack von blutung ohr ja genau die pflicht die pflicht das ist eine letzte chance zeigt mir was du drauf hast ich dachte ja und würde das jetzt wirklich abschmieren wie beim letzten mal würde ich extrem also ich würde irgendwas kaputt machen ich meine wir würden jetzt auch noch ein drittes mal packen aber trotzdem es muss ja nicht sein noch mal immer zu diesem scheiß weil aber wenigstens die vorsichtig geben aber mir wieder das ist dieses video wurde in folgenden ländern gesperrt deutschland die sollen sie mal nicht so haben wegen zehn sekunden von dem lied was kaum kaum einer kennt also wir kennt aber die meisten werden das bestimmt nicht ja das ist ja einfach dieses schema geficke diese idioten sonst einfach bleiben lassen du hast die kontrolle lalalalalala lalalala ps4 ist shutting down es wurde ein fehler getan wenn du festgestellt ich weiß nicht wie ich da jetzt reagieren würde vor allem ich dürfte mich da nicht mal irgendwie abspacken wegen meinem nüschel weil ich sagte tut ihr wirklich wie sobald ich den kopf verwege sie ja ja gandalf ne gandalf ist cooler oh unberührt na also ja jetzt möchte ich stieße wohl ey wenn die auszeichnung jetzt nicht geil aussieht ne da an der Wand na ja geht so ich bin doch im ladebildschirm ja ich weiß auch wie es aussieht achso wir haben das schlimmste geficke was man was man in dem spiel haben kann haben wir schon mal hinter uns das andere ist ja eigentlich nur noch ausdauer das andere ist ja eigentlich nur noch ausdauer brauchst du einfach nur genug ausdauer für die ganzen waffen so ist einfach nur stumpfes ruheballer halt ne auch so schlecht sieht die gar nicht mal aus ist doch nichts gemacht wenn ich mir die andere letztlichen dinger angucke da was wir was wir bis jetzt da hängen haben die für och wir machen mal noch hier die 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 Trämmung Simulator 35.000 Punkte Also, da geht es auch bis alleine Ne, wir machen das mal zu zweit Aber ich mache das mal den Schwierigkeitsgrad runter oder nicht Ja, das müssen wir doch Direkt am Start machen Ne, dann müssen wir jetzt nochmal kurz raus und wieder rein Oder willst du das jetzt auch nochmal wieder ran machen? Ne, du kannst ja nochmal hier einstellen dann Also, bei der Mission kannst du nicht direkt An der Missionsauswahl machen Keine Ahnung, ob es hier also ein Kampf-Immulsions-Dingsbums Muss ich da jetzt auch auf so einen Stuhl setzen? Was sind das? Ausrüstung anpassen Hä? Kampf-Immulsionen, experimentieren Sie mit großem Waffenarsenal Okay, dann nehme ich lieber mal die Menno-War Sicher ist sicher Schade, Notfallreserve gibt es ja nicht Wie? Das ist ja eine Schwängerei Ähm, dann nehme ich auf jeden Fall einmal den Repulsor Und... Sensor-Puffer Ich nehme die Annäherungsabschreckung Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt überhaupt zu zweit machen können Ich weiß es nicht Ups Blöppert ihr irgendwas? Hier nehme ich... Ne Ne, dann geht es aber alleine Weil ich bin drin Glaube ich Warte mal hier, Kampfprogramm Hä, wo bin ich denn jetzt? So, ist das hier? Ich stehe gerade auf irgendeinem Dach Ah, starten Ups Ja, äh Die Kugel an Tatsche geht's dir eh los Ja, ich habe aber keinen Plan Müssen wir da einfach überleben Oder müssen wir da auch mit auf Zeit Ah, da läuft eine Zeit Oh, Tatsache, gut, dass du so wirst Nächste Runde Flöp Zeitbonus Tatsache Ich bin tot Noob Ich bin jetzt gerade bei den 12 und 16 Also jetzt in 3 Hä? Alter Okay, nice Bin auch dort Da kommt so ein fetter So ein, so ein Überer Fuzzi Ne? Och ne, oder? Doch, dritte Runde Mit zwei Drohnen Oder drei Drohnen Keine Ahnung So, aber egal Gut, dann mache ich das hier Ganz zum Schluss Ich wollte gerade nur mal testen, was das ist Ähm Wo ist denn Hä? Scheiße, ich bin gerade so steiße Hm Zählt das die Punkte eigentlich zusammen Oder musst du echt alle 16 Runden praktisch beenden? Ja, du brauchst alle 16 Runden Und das hier Wie auch MySpeed Weil die 35.000 sind gar nicht mal so einfach zu kriegen Weil sie ist ja für Goldreich Vielleicht ja theoretisch glaube ich 25.000 oder sowas schon Oder 27.000, klar Ah ne, stimmt Ups, man muss ja komplett raus wieder Um die Schwierigkeitskarte anzustellen Hä? Ups Okay Gleich Warte mal Option Ne Ah, Schwierigkeitskarte ändern Rekrut Ja, warte, ich bin auch gleich so weit Ja, ich habe es gerade schon mal für uns umgestellt hier Weil ich sehe dich ja da noch rumdatteln Ach, du siehst das? Achso Ja, halt auf dem Stuhl sitzen halt Achso Ach, da ist der Dicke Das sind drohen Ja Hat doch gesagt Drehdrohne oder zwei Mit dem Dicken Oh oh Warum kommt denn der zu mir? Hallo Haha, ich verarschte Scheiße Ich bleib hier überall hängen Okay, ich bin tot Punkte Ach, fick dich Äh Zurück So Wo stellt man das jetzt unbedingt gut oder ist das jetzt schon? Ähm Ja, du drückst einfach auf Options, ne? Mhm Und dann kann man die Schwierigkeitskarte ändern Schwierigkeit ändern Na so, das kann ich nicht Ja, das ist jetzt eher die Frage, was wir machen wollen Achso, doch hier, Collective Börsen, ne? Können wir machen So Hier, da hat Missionsdaten Tresor, ne? Habe ich schon mal umgestellt auf Black Ops Also die erste Mission halt Ähm Wenn du da rechts auf Leistung gehst, ne? Also das dritte von oben Naja, da habe ich alle In der ersten Mission habe ich alle Achso Okay, da fällt mir in dem Fall nur das letzte Haha Dann holen wir das Äh Oder ist das überhaupt dann das letzte? Äh Das letzte müsste eine Mütze sein Nee, dann ist es das in dem Fall nicht Dann gibt es hier noch so eine komische Patronenhülse, aber die müsstest du haben Ja Dann gibt es so eine komische Elektrofliege Äh Oh, sie wie so eine halbe Handschelle Ne, eine Fliege Sieht aus wie eine Fliege Nö, habe ich nicht Dann fängst du die Hm Super Gut, also ist es dann in dem Fall dann doch nicht Ähm Rein folgentechnisch Wie die Mission ist Joah Joah Ja, finde ich gut Dann Muss man halt Alle abklappern Ich meine Wäre das jetzt zum Beispiel das letzte gewesen Hätten wir ja sowieso komplett jetzt durchkommen müssen bis da wo das ist Wenn du weißt wo alle fünf sind von dem Level Dann klappern wir die einfach ab Ja, die weiß ich alle ja, wo die sind Na, dann machen wir das doch Gehe ich aber auch zuvor häufig sein, wo ich meine Ja, mach das und dann noch eine halbe Stunde würde ich sagen Und dann ist es aber bei Abend, weil dann ist es dreiviertel zwölf Joah, sehr gut Alles klar Dann bis gleich Bis gleich Bis gleich